hallo und herzlich willkommen zu einem neuen let's push auf meinem kanal heute geht es um wie ihr es schon ganz groß seht der tosos einfach bekloppt und unzensiert ich habe den idioten heute mit dabei und ihr kennt ihn auch von früher hallo ja also er hat jetzt einen kanal neustart gemacht das ganze aber auch nur weil er auch nicht auf schnelles internet hat man darf es denn eigentlich bei dir dann richtig losgehen auch aussichtlich oktober bringt ganz gut bis dahin muss ich immer vorbeifahren und hier nur ist wichtig im briefkasten ja wie gesagt ich mache am samstag meinen führerschein ja ja da kann man schon vorbeifahren da kann man vorbeigedockert ja genau also wenn wir rechner hinten drauf mit dem rechner hinten drauf weiter so siehst du aus der rechner doch schwerer als das morgen auch kann passieren ja genau also was erwartet man denn auf dem kanal so man erwartet ja was ganz geheimes ja ich glaube geheimes oder dann vielleicht auch nicht mehr also was bald gelüftet würde sagen wir mal ein großes minecraft projekt je nachdem ob das jetzt noch verschiedenen leuten davor rauskommt oder danach rauskommt die welt schon wissen was es ist oder auch nicht ja genau dann was denn noch so etwas schützt das ist die aus ex ein bisschen was noch kommen wenn ich mal wieder zu ihm komme oder mein usb-sieg zurück bekomme ach ja den habe ja ja den hast du auch noch und übrigens den deckel verloren ja gut ist was der ist ja gerade abgeschissen oder herr ist gerade die atme gerade schwer ach so okay ja also wie gesagt dann wie man hier sieht noch mp3 hat auch noch musste wie gesagt weil benennen das kommt ein bisschen scheiße ja nix 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 und halt noch ein paar alte videos hier adventure teilen lohnt sich auch sehr mal anzugucken weil die da einfach nur absolute scheiße gemacht haben na das war mit sky man ja eben deswegen ja und ja partnerfunktion habe ich ihm auch freigeschaltet das bedeutet hier thumbnails und bla und koi ist auch alles gegeben und das kann ich dir jetzt noch zeigen also das ist er ist bei mir in der er ist bei mir in der als sub box und natürlich findet ihr den link auch in der beschreibung und er hat auch twitter und karte book findet er bei ihm auch gut bei den verlinkungen und ja wenn ich jetzt hier mal so durch scrolle hat er nicht ne aber ich hoffe mal dass es nicht so wie bei den letzten beiden die ich gepusht habe dass die nach meinem push aufhören mit dem füge er muss mir Gedanken machen woran das liegt ne ja genau ich lass die Leute alle zu tiefen depressionen kommen ja genau also ich würde sagen oh cool ich hab die ganze Zeit Minecraft Geräusche im Hintergrund ja genau so mit dieser kleinen kurzen Störung hier würde ich sagen wir ja würde ich sagen ihr könnt ja da mal vorbeigucken und wir sehen uns einfach beim nächsten video wieder bis dahin hau da rein los verabschiede dich das